Okay, die Kiste gehört mir, die Kiste gehört mir, die auch. Ich gehe aber zuerst auf die hier, weil die weiter weg ist. Einfach weil ich nicht will, dass der sie bekommt. Und? Schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. So, okay, ich habe ein Hornschwert. So, okay, das war schön. Oh Gott. Die Todesrunde, die Todesrunde. MAAA. Okay, komm. Boah! Okay, okay. Wieder derselbe Start. Komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Alles kein Problem. Boah, jo, alles kein Problem, habe ich gerade gesagt, ne? Okay, okay, okay. Dann, äh, da wurde gerade gefeitet, den hole ich mir, den hole ich mir. Den lasse ich mir nicht entgehen, Leute. Den lasse ich mir nicht entgehen, den lasse ich mir nicht entgehen. So, sehr schön, sehr schön. Diamond, Diamond, Diamond. Das ist gut, das ist gut. Er sieht uns und geht, er sieht uns und geht. Da sind welche. Ich hoffe, es ist einfach mal kein Team. Und weil es doch, ich wärme sie weg mit den Pfeilen. So, okay. Den einen habe ich. So, den zweiten habe ich auch. So. Zerstörerrunde, Zerstörerrunde. Guck mal, MAA, du kriegst deine Krone wieder. Und, ist es ein Team? Okay, den habe ich erwischt. Dann gehe ich ja mal auf den los. Den habe ich erwischt. Yes, Alter. Einmal. Einmal. Ups, das hat so wehgetan. Ups, das hat so wehgetan. Mann, der schlägt mich mit seiner Angel, ne? Junge. MAA! Okay, diese Runde will wieder der Ober-Megahammer. Komm, wir schaffen das. Das ist alles no problem, ey. Come on. So, auf den los. Da vorne war einer. Ich bin nur gerade ein bisschen weggelaufen, weil ich Angst habe hier. Hä, wo ist der? Der ist da drin. Hallo! Du kommst ja nicht vorbei. Versuch's erst gar nicht. Da vorne ist einer. Alter, nein! MAA, wieder ein Team? Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin der King. Bevor du dich ausrüstest, wirst du erledigt von mir. Bevor du dich ausrüstest, fliegst du runter. Oh Gott! Ernsthaft jetzt? Dreier-Team! Dreier-Team! Junge! Mann, Dreier-Team, Alter. Wie seid ihr behindert oder so? BAM! BAM! Junge! Du wolltest mich gerade hitten. Ich hätte dich nicht einmal gehittert, Junge. Ich hätte nämlich jetzt hier auf diesen Glauen da drauf geschlagen. Und hätte den Glauen erledigt. Wobei ich erledige jetzt den hier voll Eisen. Wow! What's going on? Wir sind auf der Map hijacked. Und, äh... Komm schon, komm schon. Davor. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Schneller! Eins, zwei, drei. Dich nehm ich! Junge! Komm her! Komm her zu Papa! Mann, wieso erwische ich ihn nicht? Wieso erwische ich ihn nicht? Äh, äh, zeig doch die Partikel! Yes! Oh mein Gott! Snick down's da weg! Ooooooh!